Ja, was wir warten hier? Wir sind in einem super Quizabend. Der erste Quizabend der neuen Saison? Genau. Ungefähr 60 Teams hier draußen sitzen. H5 Leute kann sich hier ausreden. Ungefähr ein paar andere Menschen sitzen hier. Es gibt ein paar vorgegene Teams, die wir sehr häufig geboten haben. Das sind die Lachs-Wirsche. Das sind... Also im Grunde auch als G-Signal. Im Grunde ist es ja so, wie man es zu kurzem erklärt, die neue Saison beginnt. Alle Teams denken, diesmal haben wir wirklich die Chance und starten durch. Diesmal können wir mehr als fünf Fragen beantworten. Und dann stellen sie fest, das ist wie immer Bruno Bier. Ganz ehrlich, es ist auch wirklich so die Challenge. Wenn man da sitzt und zusammen überlegt und so weiter. Es ist toll, wenn man was holt. Erster, zweiter, dritter wird. Aber es macht einfach wahnsinnig Spaß, das irgendwie durchzuziehen und zusammen zu überlegen und zu machen. Das ist gut. Also es ist wirklich eine gute Sache. Super, also wir freuen uns ja jedes Mal, wenn wir hier sind. Das ist jeden Monat, das ist auf jeden Fall ein Highlight, was wir hier haben. Es ist einfach traumhaft. Macht einfach nur Spaß. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020